Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Genau! Wuh, wuh, wuh! Heute ist abfüllen abgesagt. Stopp, sag mal top. Stopp, 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 check up. Seit einer Viertelstunde suchen wir unsere Erstgeborene. Es war ein großer Stress, alles hat geschrien, alles hat, also während dem Abfüllen, es hat keiner geguckt und plötzlich war sie weg. Und wir haben geguckt und geguckt und geguckt, überall, draußen, drinnen, hinten vorne, hinten vorne. Plötzlich... So abfüllen ist ganz schön anstrengend, gell? Muss man auch mal Pause machen, ist klar. Emil, stimmt das? Ja. Ja, okay. Also weiter geht's mit dem Abfüllen. Wieder alle Kinder vollzählig und die Flaschen laufen wieder vom Band.